Guten Tag, mein Name ist Westinghouse, George Westinghouse. Da sitzt ihr also mit euren Computern, Fernsehern, Smartphones und Spielekonsolen. All das ist für euch heute ganz selbstverständlich. Dabei gibt es das alles noch gar nicht so lange. Und ich habe einen enormen Beitrag dazu geleistet, dass sich das geändert hat. Ja, früher war alles viel anstrengender. Wenn man etwas bewegen wollte, war man auf seine eigene Muskelkraft angewiesen. Oder auf die Kraft von Tieren, Wind oder Wasser. Das änderte sich erst, als im 18. Jahrhundert die Dampfmaschine zur Verfügung stand. Mit ihrer Hilfe konnte man Kohle verbrennen und in Bewegungsenergie umwandeln. Durch die Dampfmaschine konnten noch größere Maschinen angetrieben werden. Gewaltige Fabriken wurden gebaut und viele Arbeitsprozesse beschleunigt. Die Dampfmaschine war ein wichtiger Faktor für die erste industrielle Revolution. Und das änderte das Leben der Menschen grundlegend. Leider nicht nur zum Besten. Außerhalb der Fabriken war das Leben meist noch immer von reiner Muskelarbeit geprägt. Hilfsmittel, die die Arbeit erleichterten, standen vielen nur in mechanischer Form zur Verfügung, zum Beispiel als Flaschenzüge, Hebel oder Keile. Überhaupt war das Leben damals nicht besonders komfortabel. Zum Beispiel wurde noch mit Kohle und Holz geheizt. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017